Hi Leute! Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute sind wir aus Reiten. Eben bald das allererste Mal. Shaki ist ganz da hinten. Akito ist dabei. Nee, Pi ist dabei. Kennt ihr ja jetzt schon. Und Beauty ist dabei. Kennt ihr aber auch schon. Letztes Mal habe ich ja, na ihr wisst schon, Amigo mitgenommen. Diesmal nehme ich Beauty mit. Sie war auch schon etwas länger nicht mehr da. Und ich habe sie mit dem Mexikanischen gezahnt. Und hier ist der Akito. Möchtet ihr euch eure Pferde mal vorstellen? Habt ihr letztens nämlich nett getan. Ok, ja, das ist Akito. Er ist ein 5, fast 6 jähriger Hengst. Und er sitzt vielleicht auch Gagwalla. Und er ist ein deutsches Reitpony. Und ja, das ist Nilfi. Er ist 8 Jahre alt. Ein Hofflinger. Und ja. Charakter, Charakter. Ja, ist ganz brav. Achso. Achso versteht das nicht so gut wie Stuten. Ja. Ja, und Akito ist ein bisschen frech. Bisschen zickig. Aber sonst ist er auch ganz brav. Ok. Und die Beauty kennt ihr ja schon. Ok. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gut, aber die meinen leider, sie müssten so ein bisschen galoppieren, aber wir filmen gleich wieder, wenn wir galoppieren. Tiki, komm! Ruf die mal, ruft die mal einer von euch. Tiki, komm her! Komm, Tiki, komm! Tiki! Tiki! Tiki, komm her! Tiki, komm her! Tiki, komm her! Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.